Musik Hallihallo da draußen In heutigem Video möchte ich euch gerne da draußen erklären was über Julians Blog Ich weiß auf jeden Fall da draußen, viele von euch kennen ihn und mögen auch seine Videos Und werden natürlich genauso wie er Sozusagen kann man eigentlich sagen, dass er schon der zweite Ray William Johnson nur in Deutsch ist Seine Videos sind soweit ganz okay Was er macht finde ich auch gut Nur einiges finde ich natürlich nicht so mein Ding Aber na gut, jeder sieht das natürlich anders Was ich natürlich so stumpf finde in seinen Videos ist, dass er so ehrlich ist Er drückt sich zwar ziemlich hart aus Allerdings hat er nun mal mit dem Großteil, was er sagt, davon aber auch wieder recht Ich selber mag natürlich seinen Humor Nur dass auf YouTube einer das so bringt Noch eine Stufe härter mit seinen ganzen knallharten Sprüchen Da sage ich nur, wow, Respekt Junge Der Typ ist da draußen sozusagen ein Shootingstar auf YouTube Er hat auch schon innerhalb von einem Jahr über 200.000 Abonnenten erreicht Durch seine arrogante Art hat er natürlich auch schon schnell viele Fans gewonnen Natürlich aber auch viele Hater Hater hat natürlich jeder da draußen Auch ich habe ein paar Hater und da kann man auch leider nicht so viel dran machen Aber was Juliens Blog macht, das ist echt der Hammer Und ich respektiere das auch wirklich Und er kann auch gerne weiter so machen Seine Videos sind super klasse Schaut doch mal bei ihm vorbei Und abonniert ihn auch mal ruhig Ansonsten wünsche ich euch da draußen einen schönen Tag noch Und abonniert mich auch gerne mal Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen Euer Matze Koks BRUH 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 Bis zum nächsten Mal.